Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, eineinhalb Wochen ist es jetzt her, dass das letzte Update erschienen ist. Wie gesagt, ich war im Urlaub, deswegen gab es keine Videos. Ich habe ein bisschen Social-Media-Pause gemacht, aber jetzt wird es wieder täglich auf jeden Fall losgehen. Livestreams werden jetzt auch langsam, aber sicher wieder losgehen. Da werde ich euch aber auf jeden Fall noch auf dem Laufenden halten, wann wir da wieder starten, welche Uhrzeit etc. Heute geht es jetzt erstmal wieder darum, so einen kompletten Marktüberblick erstmal zu bekommen. Was ist los bei Bitcoin, was ist so los bei Ethereum, bei den Stockmärkten und was steht vor allem diese Woche noch an. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonnet den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Dort kriegt ihr immer die aktuellsten Infos und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden, kann ich nur euch meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Dort kriegt ihr momentan auch wieder ordentlich Boni, wenn ihr euch einen Account macht und darüber auch tradet. Dort könnt ihr natürlich auch alles traden, wie Stocks, Forex und natürlich auch Kryptos. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 68.500 US-Dollar. Wir hatten letzte Woche die erste kleinere Korrektur von ein bisschen, ja oder knapp 10% auf Richtung 64.500 US-Dollar. Hatten daraufhin auch so den Hit ins Golden Pocket jetzt erstmal. Und darauf wird es jetzt auch die nächsten Stunden bzw. die nächsten Tage jetzt erstmal ankommen. Wir haben jetzt die leichte erste Korrektur mit drei Abverkäufen und bilden jetzt derzeit, wenn wir uns mal hier auf dem 4-Stunden-Chart das angucken, sogar so ein leichtes Inverse Head & Shoulders. Das heißt, ein kleines Trendumkehr-Pattern zumindest vorläufig, wird aber sehr darauf ankommen, wie wir hier oben eben wieder reagieren bei eben den 70.700 US-Dollar. Dort liegt auch unser Monats-Pivot, darüber haben wir ja schon Anfang des Monats drüber gesprochen, dass vor allem dieser Bereich um 70.000 US-Dollar ein hart umkämpfter Bereich sein wird und dort befindet sich halt jetzt eben auch unser Golden Pocket. Das heißt, es wäre einerseits natürlich eine Short-Möglichkeit hier in diesem Bereich, andererseits aber auch, sobald wir hier wirklich eine 4-Stunden-Candle drüber sehen, dass wir hier wahrscheinlich dann eine Bestätigung sehen und dann in Richtung, ich sage jetzt mal 76.000 bis ungefähr 77.000 US-Dollar hochgehen, weil dort oben auch der Pivot R2 auf uns wartet. Also so ein richtiger Trendwechsel, den haben wir meiner Meinung nach immer noch nicht. Da sollten wir dann wirklich erst hier unten unter 61.000 US-Dollar fallen. Das ist auch so ein bisschen die Grenze von dieser Range, die sich hier immer weiter bildet, zumindest wenn wir hier nach den Schlusskursen gehen. Also sobald wir hier unter 61.700 US-Dollar fallen sollten, wird es wahrscheinlich schlagartig hier in Richtung 52.000 US-Dollar gehen, weil hier drunter sehr, sehr viele Stops liegen und natürlich auch das ganze Open Interest bzw. die Long-Position sich auch in diesem Bereich hier unten befinden. Wir sehen das Open Interest weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auf All-Time-High-Niveau, obwohl wir immer noch, ich sage jetzt mal 5 bis 7 Prozent unter dem jetzigen All-Time-High sind. Trotzdem, wie gesagt, der ganze Bereich ist immer noch sehr, sehr bullish. Also das heißt, Korrekturen sind immer so zwischendrin mal möglich mit 10 Prozent, was auch völlig normal ist, geht ja auch darum, um die ganzen Funding-Rates hier immer wieder auszuspielen. Wir sehen hier, wir hatten hier mal kurzzeitig, das war letzte Woche am 11. März, hatten wir mal zwischen 0,2 und 0,1 Prozent und das ist schon sehr, sehr viel. Da werden die Shorts einfach, die Long-Positionen einfach nur liquidiert und das wird einfach in Zukunft öfters vorkommen. Aber momentan Funding für die Phase, in der wir uns momentan befinden, relativ human, wieder so zwischen 0,05 bzw. 0,06 Prozent. Also alles momentan okay. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall noch etwas Wachstumspotenzial. Zumindest, wenn wir hier nach einem 1-Stunden-Time-Frame gehen, sieht es ähnlich aus, auch Richtung 70.400 bis 70.700 US-Dollar. Das ist so die Grenze, wo ich sagen würde, okay, sollten wir hier drüber schließen, also über dieser Grenze hier mit auch dieser kleinen Ineffizienz, die hier noch offen ist, dann ist es bullish. Ansonsten, wenn wir hier reinkommen und wirklich eine Gegenkorrektur reinkriegen, das heißt, wir kriegen hier den ersten Widerstand rein, dann ist es für mich das erste Zeichen zum Shorten und wir können hier in Richtung 61.300 bis 61.000 US-Dollar runtershorten und von hier aus möglicherweise dann eben eine Spring-Position Long wieder einsetzen, dass sich hier möglicherweise eine größere Range bildet. Momentan, wie gesagt, ist das Inverse-Head-and-Shoulders etwas überwiegend, das heißt etwas bullischer und wenn wir uns da nochmal ein bisschen die Newslage diese Woche angucken, es steht ja sehr, sehr viel an, auch diese Woche, sehen wir vor allem am Montag jetzt erstmal die VPI-Daten in der Eurozone. Am Dienstag ist es relativ ruhig, also nicht wirklich was Wichtiges, aber am Mittwoch haben wir dann eben den FED-Zinsentscheid, der abends dann kommt um 19 Uhr bereits, weil da anscheinend schon wieder Zeitumstellung war, darauf wird es sehr, sehr ankommen. Auch wenn 99% davon einfach ausgehen, dass die Zinsen gleich bleiben, man weiß nie, was da noch im Endeffekt für Überraschungen dann rein dazukommen. Das erstmal so zu Bitcoin, ansonsten, wie gesagt, überwiegend bullisch. Ich habe auch zwecks Kaufzonen und sowas noch keine wirklichen Gedanken gemacht. Für mich ist weiterhin so die Range ab 50k interessant, da wo ich auch den ersten Verkauf getätigt habe, den zweiten dann bei 57.000 US-Dollar. Das sind für mich die Verkaufszonen gewesen. Jetzt als Kaufzone weiterhin hier unten die Marke, so ab 50k und tiefer, wo ich davon ausgehe, dass ich dann die nächsten Käufe tätige werde. Sparpläne sind davon nicht betroffen, die laufen natürlich weiter, aber ich sage jetzt mal, größere Spotkäufe, die finden dann erst hier unten in diesem Bereich eben statt, in dieser grün markierten Zone. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier sind wir in der letzten Woche auf knapp über 4.000 US-Dollar gestiegen. Seitdem auch hier ein kleiner Downtrend, wenn wir uns das im 4-Stunden-Timeframe angucken und natürlich auch im 1-Stunden-Timeframe. Ziemlich gleiches Chartmuster. Wir hatten unsere stärkeren Abverkäufe hier, versuchen die uns jetzt hier zu erholen. Ich habe auch dieses letzte Hoch, beziehungsweise dieses letzte Tief, was wir hier drüben gebildet haben, jetzt erst einmal durchbrochen und versuchen hier eine kleine Aufwärtsbewegung reinzubekommen. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, vom Chart-Technischen gefällt mir das überhaupt nicht so gut wie bei Bitcoin. Wenn wir uns aber jetzt mal die größeren Timeframes so ein bisschen angucken. Das heißt, wo ist das Korrektur-Potenzial momentan am höchsten? Wir machen mal hier das übergeordnete Golden Pocket erst einmal weg. Dann ziehen wir uns mal das Fit-Level von unserem letzten Abverkauf. Also das heißt hier dieser Wig bei 3.200 US-Dollar, weil das eigentlich so der massivste Wig ist bis zu unserem High hier drüben. Da sehen wir, okay, wir sind perfekt ins Golden Pocket gekommen, haben auch das 0.786 das erste Mal verteidigt. Das heißt, der erste größere Abverkauf sollte jetzt erst einmal geschehen sein. Das heißt, wir haben auch hier erst einmal etwas Erholungspotenzial und hierfür ziehen wir uns dann einfach das Fit von unserem Top bis zu unserem letzten Tief hier unten bei knapp 3.412 US-Dollar. Dann sehen wir, okay, zumindest die Range hier oben bei 3.855 US-Dollar, die sollte Ethereum jetzt erst einmal wieder zurückerobern. Und dann hier oben sollten wir dann entscheiden, weil hier übrigens auch der Pivot R1 liegt bei 3.835, wie es dann weitergeht. Sollten wir hier eine Rejection reinkriegen, ist es einfach nur, sage ich mal, eine Gegenkorrektur gewesen und wir werden einen größeren Abverkauf sehen, wahrscheinlich dann in Richtung 3.000 US-Dollar, bevor wir dann möglicherweise noch einen größeren Abverkauf sehen. Sollten wir das Ganze zurückerobern, das heißt Bullish über der Marke zwischen 3.830 und 3.860 drüber schießen und das auch bestätigen, dann sollte diese vorläufige Abwärtsbewegung erst einmal gestoppt sein. Und wir sollten weiter in Richtung Neueres hochgehen. Wahrscheinlich dann sogar in Richtung 4.400 US-Dollar. Weil was man hier auch natürlich beachten muss, wir haben hier kein tieferes Tief grundsätzlich gebildet. Für mich auch hier diese magische Grenze 3.374. Das war so dieser letzte Schlusskurs auf dem 4-Stunden-Timeframe. Das heißt, sollten wir hier drunter wirklich ein Close sehen, dann haben wir ein tieferes Tief. Und dann, denke ich, ist auch diese ganze Struktur, die jetzt seit Wochen sehr, sehr bullisch ist, dann auch erst einmal gebrochen. So, dann Altcoins. Wie gesagt, beschäftige ich mich momentan noch gar nicht. Also da werde ich jetzt so langsam aber sicher mal diese Woche wieder einsteigen und mal gucken, ob es da überhaupt irgendwas Interessantes gibt. Aber wenn ich so mein Portfolio angucke, muss ich sagen, dass Altcoins Season immer noch nicht wirklich da ist. Also ist klar, es gibt immer mal so No-Brainer wie Loop Network, was letzte Woche mal 100% gemacht hat. Aber das sind halt so ein bisschen die Ausnahmen. Und so die großen Coins jetzt jeden Tag sich mit zu beschäftigen, macht meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Dann lieber auf Bitcoin und auf Ethereum draufstürzen. Ansonsten gehen wir mal rüber zu Gold. Gold könnte diese Woche natürlich auch sehr, sehr interessant werden, wenn die Zinsen weiter hoch bleiben. Und Gold hat ja meiner Meinung nach, wieso, ich verstehe es immer noch nicht, einen extrem hohen Push gehabt. Ich meine, für die Long-Position ist es gut. Wir hatten ein neues All-Time-High bei knapp 2.200 US-Dollar. Aber sollten die Zinsen so bleiben, so hoch, vermute ich, dass wir hier nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Ich werde auch diese Woche hier sehr, sehr wahrscheinlich Short nochmal reingehen. Ich muss nur gucken, wo wir uns den Einstieg finden. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal nach jetzigen Stand des FIP ziehen, was eigentlich jetzt nicht wirklich geil ist, weil wir uns immer noch hier in so einer kleinen Abwärtsbewegung befinden, wäre es schön, nochmal in den Bereich der 2.180 US-Dollar reinzuflutschen da und von hier aus dann im Endeffekt diesen Short dann zu machen und dann eine Gegenbewegung zu machen. Wie gesagt, wir haben noch eine Long-Position offen. Da habe ich auch, glaube ich, immer noch keinen dritten Take-Profit jetzt genannt, dadurch, dass ich jetzt im Urlaub war und das überhaupt nicht im Blick habe. Also ich habe wirklich eine Woche lang kaum Charts angeglotzt. Müssen wir da mal gucken, wo wir hier einen sauberen Einstieg finden. Wäre momentan so mein Primärszenario, hier hochzugehen und dann eben den Abverkauf in Richtung 2.100 oder sogar wirklich einen größeren, größeren Abverkauf in Richtung 2.080 US-Dollar zu bekommen. Weil für mich ist das immer noch eine sehr, sehr ungesunde Bewegung. Ich verstehe die Bewegung an sich nicht, warum diese entstanden ist. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall diese Woche, denke ich mal, einen Short wagen. Ansonsten gehen wir mal rüber zu den Stockmärkten. Wie sieht es da aus? S&P 500, für mich immer noch alles absolut hochgefahren. Ich meine, reitet die Welle so lange wie es geht. Trotzdem lässt meiner Meinung nach dieser Trend hier langsam, aber sicher nach. Wir sind auf jeden Fall noch in der Aufwärtsbewegung. Das lässt sich hier ganz, ganz deutlich erkennen. Also der Aufwärtstrend ist intakt. Auch ein schöner Trendkanal, der sich hier gebildet hat. Trotzdem, sobald dieser hier gebrochen werden sollte, wird das für uns ein Short-Signal werden. Und das werde ich diese Woche ganz, ganz genau im Auge behalten. Wir sehen die Futures schon wieder 20 Punkte höher als zum Schlusskurs. Das heißt auch hier alles bullisch, was momentan geht. Wir sehen immer diese kleinen Zwischenkorrekturen. Aber das Wichtigste ist, der Trend ist intakt. Sobald dieser Trend hier verlassen wird, dann sollten wir uns möglicherweise Gedanken machen. Wenn wir uns die obere gelbe Linie sehen, sehen wir aber auch, es zieht sich langsam aber sicher etwas zusammen. Trend ist aber noch intakt. Deswegen warte ich jetzt erstmal noch hier mit möglichen Short-Positionen ab. Gleiches Spiel so ein bisschen beim Nasdaq, wobei Nasdaq sich eher momentan so ein bisschen so ein kleines Rounding-Top derzeit anbahnt. Also sieht man ja auch, der Trend an sich nicht mehr so intakt. Und dann sehen wir hier schon die erste kleine Zwischenkorrektur. Also gefällt mir nicht so gut wie beim S&P 500. Aber auch hier warten wir jetzt erstmal ab, wie so die nächsten ein, zwei Tage laufen. Wie gesagt, heute news-technisch null in den USA, nur die VPI-Daten in der Eurozone. Ansonsten ist es sehr, sehr ruhig. Und dann last but not least Euro gegenüber US-Dollar. Da ist der letzte Trader in die Hose gegangen. Muss man auch fairerweise so natürlich sagen. Das war glaube ich die Short-Position, ich glaube die Short-Position war es, die schiefgegangen ist. Aber auch hier erstmal so ein bisschen im Blick behalten, wie wir uns jetzt hier oben bei dieser Ineffizienz bei ungefähr 1,092 Euro wiederfinden. Und von da aus ist weiterhin für mich mein Ziel immer noch so in Richtung 1,07 Euro runterzugehen. Weil sollten die Zinsen oben bleiben, ist es natürlich wieder stark für einen Dollar. Wird eine volatile Phase wahrscheinlich erst wieder abverkauft, dann wieder Pump und sowas werden. Aber positionieren sollten wir uns schon diese Woche hier können. Vor allem, weil diese Zwischen-Rallye, die wir hier beim Euro gegenüber dem US-Dollar gesehen haben, jetzt auch nicht wirklich von Stärke getrieben ist. Natürlich die VPI-Daten heute, die sollten wir noch abwarten in der Eurozone. Und dann können wir uns auch hier über ein mögliches Setup ranmachen. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal für den heutigen Tag. Wie gesagt, ich werde mich jetzt langsam aber sicher hier wieder ein bisschen mehr rankämpfen. Auch wie gesagt Livestreams etc. pp. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Kommt da gerne rein. Und ja, dann wie immer. Stay Crypt. Dann wie gesagt, ciao.